ich begrüße das gemüse willkommen zu angespielt folge nummer drei und zwar resident evil 3 werden wir hineinschauen wie es sich spielt spiel starten optionen ok steuerung steuerungseinstellungen der pascher ein sichtfeld helligkeit audio ok alles eingestellt wir starten das spiel und schauen hinein wie es sich spielt diese nette junge frau braucht hilfe du hast diese nette junge frau nicht nach ihrem namen gefragt sie gehört zu einer rpd elite einheit ist ein mitglied von stars ihr name ist irgendwas valentine ich bin jill freut mich sehr ich bin jubi cs kolonnen führer michael victor mein team ist hier um zivilisten zu retten die stadt ist komplett abgeschnitten isoliert die meisten der hunderttausend zivilisten werden wohl tot enden korridor und tot meine kolonne hat heftige verluste erlitten nicht mal sie am leben zu halten schaffe ich noch danken sie ihren firmenmanagement dafür ja nun wir tun alles was wir können wenn wir diese umwand in gang bekommen können wir überlebende evakuieren wir brauchen hilfe meine männer schaffen es nicht allein okay ich helfe aber ich bin auf deren seite nicht ihr oh hey alles klar wir wollen dasselbe danke jane okay super cop hier damit bleiben wir in kontakt ich weiß was das ist grundlagen zuerst du brauchst eine ausrüstung geh hoch zur straße da findest du vorräte ist gut okay ja wahnsinn was für eine geile grafik was für eine geile grafik es ist arg wie sich in den letzten spielen grafik mäßig hier viel getan hat jetzt hat die playstation 5 und die xbox die series x rauskommt das ist schon heftig da sieht man was der potenzial drin ist aber jetzt ist es fast schon zu spät aber dennoch gut umgesetzt ich stelle ich das an als erstes brauchen wir strom ich gehe nicht zum unterwegs sobald du bei der hauptstraße bist wir müssen raus aus der u-bahn grünes graut schießpulver grünes graut schießpulver wir wollen alles sammeln einige objekte können mit anderen kombiniert werden ok m und p U-B-C-S Okay So, schauen wir nach, finden wir da was auch, na? Da ist auch nichts Dann gehts nach draußen Oha Der Überlebende, wir müssen die Bahnen in Gang kriegen Ah, was ist denn? Ah, ich wurde gebissen Okay Der Teil braucht drei Schüsse in den Kopf Ich bin, nein Ich bin, nein Ich versuchze, dass der Schüsse in den Schuss Ich will nicht mehr schlafen, wenn ich nicht mehr Wird, nein Sie werden abonnen, lanes und schlafen Schlag um Diese Ecke Ich muss die Schüsse im Herz ok und dann steht der echt wieder auf da und 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 Sie stehen wieder auf der Pizza, oder? Die kommen selbst auch nicht um mich. Sie stehen wieder auf, okay, so. Ich bin mir nicht einig. Okay, da haben wir nichts. Okay. 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 Eine kühle Schönheit wie du wird auch bestimmt mit etwas Feuer fertig. Leck mich. Okay. Okay. Ich muss das nennen. Nur haben wir nichts. Ja, da ist ne Leib da. Oh, ha. Okay. 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 Wir haben hier Graut. Oh, bollst du schnell. Ah, okay. 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 Oh Oh Ach was ist ein Ich hab da Ok Mache Krauts Ich hole mal nicht schon Mache Krauts Warne 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 Waa Waa alter kann es doch nicht sein dann das 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 so das 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 da der liegt da immer das büro der U-Bahn-Verhältnis sein. Hm, keine Reaktion. Wo kommst du her? Pisser, Alter. So, so. So, so. Das ist Horn-Money. Ganz wichtig. Okay, Hand-Granate. Oh, cool. Woah, shit, so kommst du her. Alter. Alter. Stirb doch. Das kann sich nicht sein, Alter. Alter. Was ist? Wie oft stehst du noch auf? Meine Fresse. Was ist Kassel in der Zeit? Alter. Unglaublich. Jetzt weiß ich nicht mehr, Gott. Wie ist es? Wie ist es hier? Sauerst kommt es kurz. Warum bist du so? Wirklich? Wie ist er? Oh ha Oh Kommt der typ her Alter Mann oh man oh man Wuhu Alter Verwalter Was war das? Oh shit Hu 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 Alter Was war das? Hu hu Krass Oh man Ich hab ja fast 1000 gemacht Okay das war's Okay Demo Kurz und knackig Alter Der Typ Ist Hardcore Oh die Bieste die Stängern Da gibt 3 Headshots 3 Headshots Und sie fallen nicht um Und den Stängerns auf Avida Mann Oh man Oh man There's so many Here Here My god No 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 They're gonna get through Ah The trailer Ah The trailer What was that? Don't move! Kendo, you're all right You're all right Stretch Stop and do what? I got your back Go Go You better hunt Sorry Look out Let's do this Let's do this Oho Effekt Alter Mit der jetzt fast angepisst Na ja Schauen wir mal Wie das Endgame wird Und ja Danke fürs Reinschauen Angespielt 2020 Folge Nummer 3 Lasst einen Daumen nach oben da Abo nicht vergessen Bis dahin Danke fürs Zusehen Bussias Bauchi Euer Lizinator